Ist ja alles rot. Ja. Wohin willst du hinreisen? So wüscht. Wenn du nix hast. Einfach reisen. Was ist denn hier drin? Schaut. Er ist etwas alleine. Ich habe mich nicht mehr aufgelenkt, aber ich habe mich nicht mehr aufgelenkt. Ja, nicht schlecht. Hi, suchen Sie was Bestimmtes? Ja, nicht schlecht. Was heißt für uns eigentlich, wenn du das spiel durch? Jonas. Ja, theoretisch, dass du stärker wirst, musst du das jetzt nochmal spielen. Das kannst du unendlich jetzt spielen. Ja, ja. Ja, dann steht ja jetzt im neuen Stream Projekt nichts im Wege. Ich strebe sicher nicht, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich weiß. Der Rechner braucht das Spiel, ich will es auf fuller Qualität spielen können. Ja, ist okay. Das geht sonst nicht. Ist schon eh okay. Ja, ja. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Ich glaube, sie dachten, sie würden uns platt machen, was ihnen nicht gelungen ist. Das war aber verdammt knapp. Die sind auf schnelle Einsätze spezialisiert. Rein, den Job erledigen, wieder raus. Sie wollen in keine langen Gefechte verwickelt werden, die ihre Leute binden und ihr Reaktionsvermögen einschränken. Ja, aber sie scheinen viele Leute zu haben. Sie wollen ganz sicher mehr als nur die sie. Und ein schneller, symbolträchtiger Sieg hier würde ihnen die Möglichkeit geben, sich als Befreier darzustellen. Meinen Sie, das ist ihnen wichtig? Ich denke, ihr Plan ist, als die Guten darzustehen. Warum sollten sie sonst mit Alice arbeiten? Er legitimiert sie, wodurch sich weniger Leute gegen sie stellen und mehr an ihrer Seite kämpfen wollen. Gegen die Bösen, also gegen uns. Jeden, der sich ihnen in den Weg stellt. Aber vor allem uns. So. Aua. Hau ich mich lieber an. Immer schön, sie zu sehen. Also. Aua. Der sich Auto der Herrschicht verkauft. Ach. 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 Ah. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Ich bin selbst vergetracht. Ich bin selbst vergetracht. Ich bin selbst vergetracht. Danke. Bitte. Alter. Ich habe mich mit dem Granatwerfer selbst angebracht. Nee. Soll ich das zeigen? Das ist voll lustig. Achtung. Nee. Muss ich eine neue Waffe ausprobieren. Was musst du denn tun? Brennt Granate. Jetzt brennt's. Jetzt hängt's. Bei mir. Wo ist hin? Du stehst draußen und hast die Waffe in der Hand. Das war's. Ja eh. Ich steh auch draußen. Also. Bitte Waffe in der Hand. Möglich. Ja. Das kann ich nicht. Schau mal her. Oioioioi. Zum Glück gibt's das jetzt jetzt. Es ist jetzt sehr, sehr viel Tode gegeben. Anhand von Granaten. Da haben wir beide was von. Das hat mein Inventar aufgefüllt. Danke. So. Mhm. Passt. So ich wär ready. Egal für was. Du E-Nerd. Wo hast du jetzt? Bitte? Wie viel Punkte? 253. Du? Ja. Ich hab's geil. Aha. Ich seh sehr recht zunten, was du hast. Nur man sieht sich selber nicht. Wenn ich im Inventar bin, seh ich's nicht. Also ja, im Inventar bist du, ist das nicht tatsächlich. Ich find's auch lustig, dass man seine eigene nicht sieht. Und der Krupp sieht zwar deine, aber meine nicht. Einmaler ist es eben wie man das aber... Ja. Ich würde gerne einen Hubschrauber geflohen. Na gut. Wird auf die Insel rauf. Die Karte anschaust haben wir da oben jetzt in der Insel. Keine College. Keine College. Na gut, das muss ich mal alles durchschauen. So ist es. Das Logo einmal ausrahmen, das Unnötige ist weg. Ich glaube, es ist jetzt alles unnötig. Hm? Ich glaube, es ist jetzt alles unnötig. Was ist nötig? Das ist jetzt alles unnötig im Lager. Ich habe eine Wex-A-Shell hier. Ah, okay. Okay, die Mods sind nett dazu. Es gibt zwar Punkte, aber die zählen nicht. Weiter sind die anderen Punkte. Okay. 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 Wo ist er, Marie? Wo ist er? Ich gehe mal raus. ich will dahin schon Ich darf mal da hinwählen. Ist das wurscht? Ich lauf da mal nach oben. Ich weiß, was ich mir markiert hab. Jetzt hab ich mir noch nicht einschütteln, muss ich zugehen. Bitte? Jetzt hab ich mir noch nicht eingeschaut, was du markiert hast, jetzt. Achja, du bist jetzt leiser geworden vorhin, irgendwann haben wir, gell? Ja, ich bin weiter vom Mikroweg gegangen, vorher. Jaja. So, dann steh mit der Armbrust herum. Jaja. Geht, du bist jetzt nicht so dumm. Ja! Ich war mir noch nicht so dumm. Ich bin mir nicht gesclosed wie wir hier haben. Du bist ja! Was ist das? Ich bin rechts im Amgen mit dem Aden. Wenn du das nicht sofort bist, dann kannst du die Regisse tun. Weil du das nicht möglich ist wie mich nicht mehr und ich hab. Das ist immer einfach. Dafür mach ich dich kalt, verdammt! Hm. Da warst du schnelldurch nicht. Okay. Tragbares Gerät erkannt. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. So, ich hab mal das SHD gefunden. In dem Bild. Hallo. Das Bild ist da hinten. Hä? Dann das Bild kontinuieren. Ja. 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 Was, hm? Krank werden? Sterben? Wir brauchen eine intakte Regierung, wenn wir diese Krise überstehen wollen. Und dafür müssen wir uns verdammt nochmal für diese Dauer verkriechen. Präsident Mendes wird Schiefe brauchen. Mendes braucht viel mehr als wir leisten können. Packen Sie Ihre Sachen. Beide losgefahren sind, halten Sie erst wieder einen Raven-Oder. Und da sind sie ebenso. So, der ist die Krise hier. ok ich müsste mal ein pleiner Druck fahren mhm ich bin da da mhm ok jw 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 j初 jätzlich jw Das ist der Weg. So. Aber die anderen liegt es zu. Hm. Schwer gepasselter Feilerkant. Schwieg ich. Verstärkung trägt ein. Schwieg. 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 Ich kann ja. Nein. Okay, nein, kann man das sehen. Oh Gott. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Verstackung in Position. So. Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen.